Franzi, geboren 2018 von Franklin, Sichuan, Franzi, ist ein Nachkommen von unserem Hauptvererber Franklin. Franklin hat schon für Schlagzeilen gezeugt, war unter anderem Siegerhengst in Holland, gewann danach die Hengstgleichstumsprüfung in Holland und seine Fohlenjahregänge wussten alle zu überzeugen. Er hat herausragende Fohlen, die weltweit verkauft worden sind für Spitzenpreise. Franzi ist ein unheimlich formschöner Hengst mit ganz viel natürlicher Kadenz und herrlicher Selbsthaltung. Seine Hengstleistungsprüfung absolvierte er in Dänemark mit sehr guten Noten, unter anderem 9,0 für die Rätigkeit und 8,5 für Galopp und für den Testreiter. Muttervater ist der Triple-Weltmeister Sichuan, der auch mittlerweile in Dänemark als Elite-Hengst eingestuft ist. In der dritten Kombination kommt der Reitpferdermacher Romanov, der selbst sehr erfolgreich war, unter anderem siegreich beim CHIO in Aachen unter seinem Reiter Hans-Peter Minderhaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017